Hallo und herzlich willkommen auf der EU-Fördermittel-Informationsplattform der Linken im Europaparlament. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie auf einfache Weise geeignete EU-Fördermittel für Ihr Vorhaben in Deutschland finden können. Alles beginnt mit Ihrer Projektidee und einer konkreten Zielvision. Damit ist die Zuordnung zu den acht Themen auf der Fördermittel-Webseite möglich. Die acht Themengebiete sind Bildung und Jugend, Kultur und Medien, Integration, Wissenschaft, Umwelt und Energie, Wirtschaft und KMU, Beschäftigung und Soziales, Tourismus. Diese acht Themen finden Sie auf unserer Startseite und im Menü. Auf unseren Themenseiten finden Sie einen Überblick über zum Thema passende Fördermaßnahmen sowie deren jeweilige Ausrichtung. Außerdem finden Sie hier Hinweise und Links zu den jeweiligen Förderpolitiken der EU. Bitte befassen Sie sich genau mit diesen Förderpolitiken. Wie Sie sich sicher vorstellen können, verfolgt die EU mit ihren Fördermaßnahmen ganz bestimmte Ziele. Diese sind in den Förderpolitiken festgeschrieben. Falls Ihr Antrag nicht diesen Zielen entspricht, ist die Aussicht auf einen positiven Bescheid äußerst gering. Am Ende jeder Themenseite finden Sie dann die Links zu unseren Erklärseiten der einzelnen Programme. Hier finden Sie weiterführende Informationen sowie Links zu Kontakt- und Vergabestellen im Bund oder den Bundesländern. Besonders ans Herz legen wollen wir Ihnen unsere Grundlagen der Antragstellung. Diese finden Sie ebenso auf unserer Startseite. In diesen vier Grundlagenartikeln erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie Ziele definieren und Zielgruppen bestimmen. Sie erfahren etwas über die zehn wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Antrag. Außerdem geben wir Hinweise zur Partnersuche und zur Finanzplanung Ihres Projektes. Diese Hinweise wurden über die Jahre aus der praktischen Erfahrung erfolgreicher Projekte gesammelt. Wir haben Sie durch Hinweise und Leitfäden der europäischen Institutionen ergänzt und vervollständigt. Abonnieren Sie auch unseren Newsletter. So bleiben Sie stets informiert. Die europäische Idee lebt nicht allein durch große Institutionen und die Politik. Sie lebt vor allem auch durch das Engagement und den Ideenreichtum von Vereinen, nicht Regierungsorganisationen, kleinen und mittleren Unternehmen und allen, die keine großen Strukturen hinter sich wissen, um an Fördermaßnahmen teilzuhaben. Aus diesem Grund hat die Delegation der Linken im Europaparlament diese Seite initiiert und finanziert, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wir wünschen Ihnen viel Erkenntnisgewinn und natürlich viel Erfolg bei Ihrem engagierten Vorhaben.